Äh, das weißt du nicht, das ist aber Allgemeinbildung. Doch. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wird es mal wieder etwas schlauer. Ihr wisst, wenn ihr mich kennt, dass ich solche Videos sehr, sehr gerne mag. Ich habe schon was zum Thema richtig googeln gemacht und auch zum Thema Eselsbrücken. Wenn ihr die beiden Videos noch nicht gesehen habt, ich verlinke die euch auch nochmal in der Infobox. Heute geht es ums Thema Allgemeinwissen, Allgemeinbildung. Ich habe mir ein paar Fakten rausgesucht, die man meiner Meinung nach wissen sollte. Natürlich kann ich euch in diesem Video nicht alles vermitteln, was es da gibt. Das würde den Rahmen dann doch sprengen. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Los geht's mit dem Video. Unsere Sonne, die Kinder als gelben Kreis mit Strahlen zeichnen. Warum Kinder? Hehe. Ist eine glühende Gaskugel, die zu 73,5% aus Wasserstoff, 25% aus Helium und außerdem noch aus 90 weiteren Elementen besteht. Unsere Erde ist an ihrer eigenen Rotationsachse um 23,44 Grad geneigt. Und gäbe es diese Neigung der Erdachse nicht, hätten wir auch keine Jahreszeiten. Und dann jetzt auch kein Winter. Die Erde kreist um die Sonne mit einer Geschwindigkeit von 30 Kilometern pro Sekunde. Das sind 108.000 Kilometer pro Stunde. Wir rasen also mit 108.000 kmh durchs Weltall, ja? Gebt euch das mal. Lichtgeschwindigkeit ist aber viel, viel schneller, nämlich 300.000 Kilometer pro Sekunde. Das ist, als würde man in der Sekunde siebeneinhalb Mal um die Welt sausen. Science! Abstand zwischen Mond und Erde hat mir mein Opa damals eingebläut und gesagt, dass das wichtig ist zu wissen. Und zwar sind das 384.400 Kilometer. Könnt ihr richtig punkten bei einem Lehrer. Die Erdoberfläche ist außerdem von 71% Wasser und nur zu 29% Land bedeckt. Ich dachte, es wäre viel mehr Land. Der größte Kontinent ist Asien. Und der größte Ozean der Pazifik. Die beiden größten Städte der Welt sind Mexiko-Stadt und Peking. Die haben jeweils über 20 Millionen Einwohner. Auch eher kuschelig. Der höchste Punkt der Erde ausgehend vom Erdmittelpunkt ist nicht die Spitze des Mount Everest, sondern der Vulkangipfel des Chimborazo in Ecuador. Die Erde ist nämlich gar keine Kugel, sondern eine Ellipse. Und deswegen sind Punkte auf dem Äquator weiter entfernt vom Erdmittelpunkt als andere Orte. Der höchste Berg der Welt, gemessen vom Meeresspiegel, ist natürlich der Mount Everest mit 8.848 Metern. Misst man allerdings vom Fuße des Bergs, der übrigens auch unter Wasser liegen kann, dann ist der hawaiianische Mauna Kea mit 10.203 Metern der höchste Berg der Welt. Übrigens siedelt Wasser auf dem Mount Everest schon bei 70 Grad Celsius, da hier der Luftdruck niedriger ist und der Dampfdruck den Luftdruck schneller erreicht hat. Dann siedelt nämlich Wasser. Apropos Wasser, wenn ihr bisher auch dachtet, dass Regenwürmer bei Regen rauskommen, weil sie Regen toll finden. Falsch gedacht. Die kommen aus ihren Erdlöchern raus, weil sie da einfach nur nicht ertrinken wollen. Random Fact, die beiden wertvollsten Marken der Welt sind Apple und Google. Und als abschließenden Fakt, Menschen und Schimpansen unterscheiden sich in ihrer DNA nur um 1,4%. Und etwas, das einiges auf dieser Welt erklärt, Menschen und Bananen stimmen zu 50% in ihrer DNA überein. Ich hoffe sehr, dass euch diese Art von Video gefallen hat. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr irgendeinen von diesen Fakten noch nicht kanntet. Oder wenn ihr noch weitere ganz, 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 ganz wichtige Ergänzungen habt. Ich würde mich außerdem über eine Bewertung freuen, damit ich weiß, ob ich sowas nochmal machen soll. Und ihr könnt mir auch gerne Feedback geben, ob euch so ein unnütze Faktenvideo interessieren würde. Also wie Allgemeinbildung, nur Dinge, die man eigentlich nicht wissen muss. Ich verlinke euch hier außerdem mal noch zwei weitere schlaue Videos. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr vorbeiguckt und meinen Kanal natürlich kostenlos abonniert. Dann verpasst ihr meine weiteren Videos dienstags um 17 Uhr nicht. Dann wünsche ich euch jetzt eine schöne Woche und bis dann. Tschüss! 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 Vielen Dank.